Vorlesung Sprachgeografie. Heute geht es dann endlich auch um Stadtsprache. Wir hatten das letzte Mal das Jahr schon vorgesehen, waren aber nicht so weit gekommen. Wir hatten schon angefangen über Merkmale zu sprechen. Dann erweitern wir das Konzept dieses Mal um das Konzept Variable und wir werden auf Giron eingehen und den Atlas Linguistique de la France. Beim letzten Mal hatte ich bereits davon gesprochen, dass auf Karten, wie zum Beispiel dieser hier, das ist eine populärwissenschaftliche Karte, sogenannte Isoglossen eingezeichnet werden. Das sind diese Linien, die wir hier sehen und die grenzen Merkmalsausprägungen voneinander ab. Wir haben also hier ein dialektales Merkmal. Das dialektale Merkmal ist das Wort für Hund. Steht da oben auf der Karte. Le Chien in diesem Fall. Und es geht darum, wie das Wort für Hund in den jeweiligen Dialekten heißt. Einmal natürlich geht es um den Anlaut. Das ist jetzt hier nicht richtig phonetisch dargestellt, sondern eben auf so eine populärwissenschaftliche Art. Und eben auch der Auslaut. Das wird unten auch näher erklärt, für was die hier ja grafischen Zeichenfolgen stehen. Wir sehen also, in Frankreich gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für den Hund. Das Merkmal ist also Le Chien oder Bezeichnung für den Hund. Und die verschiedenen Ausprägungen sehen wir auf der Karte. Und zwischen den verschiedenen Ausprägungen gibt es jeweils Grenzen. Und diese Grenzen werden als Isoglossen bezeichnet. Isoglossen, also Iso gleich und Glossé die Sprache. Also dort das, wo man was gleich ist in der Sprache sozusagen. Und ja, das handelt sich eben um diese Grenzen zwischen Merkmalsausprägungen. Also ich betone das nochmal, weil man das oft falsch hört und liest. Es wird manchmal gesagt, das seien Grenzen zwischen Dialektmerkmalen. Das stimmt nicht ganz, ist aber nah dran. Also es sind Merkmalsausprägungen. Und auf der anderen Seite liest man auch manchmal Dialektgrenzen. Das ist sehr vereinfachend. Denn Dialektgrenzen sind die Stellen, an denen sich Isoglossen bündeln, wie wir das hier auf dieser Karte sehen, auf die wir gleich noch etwas näher eingehen. Also dort bündeln sich zum Teil solche Isoglossen. Und solche Bündel werden als Dialektgrenzen bezeichnet. Also nochmal zu dieser Karte zunächst. Also hier gibt es eben nur dieses eine Merkmal, ein lexikalisches Merkmal. Man kann jetzt hier sekundär auch sagen, ja, es geht hier nicht nur um lexikalische Merkmale, sondern eben auch um zwei nicht lexikalische Merkmale, nämlich um phonologische Merkmale. Aber die Isoglossen, die hier gezeichnet sind, sind da auch nicht so ganz klar, was es da eigentlich geht. Also es geht offensichtlich hier um Bezeichnungen für den Hund und da sind eben die jeweiligen Grenzen hier eingezeichnet. Ja, also hier jetzt solche Isoglossenbündel. Also an den Stellen, wo solche Bündel auftreten, ändert sich halt besonders viel. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind das für Orte, an denen sich so viel ändert? Ja, kann man die irgendwie sehen? Das ist halt immer die Frage. Und man kann sie oft sehen, weil es sich natürlich um Grenzen handelt, die auch in der Geophysik wieder zu finden sind, nämlich irgendwelche Orte, die man nicht so leicht überwinden kann. Dort ist halt weniger Kontakt zwischen den Sprechern und es ergeben sich dann eben Unterschiede in der Aussprache, im Wortschatz, in der Morphosyntax. Und ja, das zeigt eben eine solche Karte. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist das genau? Also ich habe auf die Geophysik verwiesen. Ich hatte auch schon in der letzten Woche gesagt, vor allen Dingen Berge spielen eine große Rolle. Die sind oft nicht leicht zu überwinden. Wasser ist im Gegensatz dazu leicht zu überwinden. Oft auch ein Transportmedium und ein Verkehrsweg. Von daher ist Wasser nicht unbedingt eine Trennung. Es gibt aber Gewässer, die sind schlechter zu überwinden. Und deshalb finden sich hier auch Isoglossen. Also hier das Wichtigste, die Isoglossenbündel. Wir sehen das hier auf der Karte. In Westfrankreich, Südwestfrankreich, die Gironde, beziehungsweise genauer gesagt, die Gironde-Mündung, die halt aufgrund der Zeiten schwer zu überwinden ist. Aber es sind vor allen Dingen Berge, die hier eine Rolle spielen. Das kann man sehr schön in der südlichen Mitte der Karte sehen. Dort befindet sich das Zentralmassiv und dort finden sich besonders viele Isoglossenbündel. Wenn man das Ganze ein bisschen genauer untersucht, und ich habe das mehrfach versucht, zum Beispiel auch in meiner Habilitationsschrift, dann stellt man fest, dass es nicht nur solche geophysischen Grenzen gibt, sondern genau genommen geht es darum, wer miteinander zu tun hat, welche Netzwerke sich im Mikrobereich bilden. Also insbesondere, wo gehen die Leute einkaufen? Also wo treffen sie aufeinander? Marktplätze sind also da besonders wichtig. In Marktplätzen ist jetzt nicht unbedingt so der Gemüsemarkt gemeint, sondern eben auch Viehmärkte und so, was natürlich in bäuerlichen Gegenden eine große Rolle spielt. Ja, ich habe dann noch weiter geschaut. Und ein anderer wichtiger Aspekt in der Romania ist eben auch, wo die Leute zur Kirche gehen. Und damit kommen wir dann auch schon auf einen interessanten Aspekt. Nämlich, man findet tatsächlich eine bestimmte Art von Verwaltung, nämlich die Kirchenverwaltung, die eine gewisse Rolle auch spielt bei solchen Dialektgrenzen. Nun sind die Kirchensprengel auch nicht willkürlich gewählt, sondern haben sicherlich auch was mit der Geophysik zu tun. Besonders wichtig sind die Grenzen der Bistümer. Und diese Grenzen der Bistümer gehen häufig in der Romania auf römische Provinzgrenzen zurück. Und diese Grenzen bestehen eine lange Zeit und sind deshalb besonders stabil. Und dafür eben auch die Grundlage für sprachliche Grenzen. Das sehen wir auf der nächsten Karte. Das ist eine Karte, die anzeigt, wo es sogenannte Diözesan-Grenzen in Frankreich gab. Also Grenzen von Bistümern. Die sind hier auch zum Teil noch benannt, die Bistümer. Wir sehen da im Osten die Diözese von Besançon, die halt über besonders stabile Grenzen verfügt. Also je dicker die Linie ist, umso stärker ist die Dialektwirkung auf der einen Seite, aber umso älter oder umso länger besteht diese Grenze. Das kann man hier der Legende auch entnehmen. Also je dicker die Linie, umso stabiler sind die jeweiligen Grenzen. Und das sind eben oft auch gute Kandidaten für Dialektgrenzen. Wenn wir nochmal vergleichen, fangen wir mal ganz unten im Süden an, also am Mittelmeer. Hier, da sehen wir hier die etwas gerade gezogenen Isoglossen. Die sind natürlich nicht so ganz gerade. Also das Katalanische wird hier abgetrennt vom Occitanischen mit dieser Dialektgrenze, mit diesem Isoglossenbündel. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier schauen, man sieht es nicht ganz so gut. Das ist die Grenze des Bistums von Elne. Und das ist in der Tat die katalanische Sprachgrenze. Ja, diese Bistumsgrenzen gehen oft auf römische Provinzgrenzen zurück. Also tatsächlich eine ganz alte Verwaltungsstruktur, die sich hier widerspiegelt. Und natürlich sind diese römischen Provinzgrenzen nicht willkürlich, denn man hat die natürlich so gewählt, dass sie ja auch den geophysischen Gegebenheiten entsprechen. Die Römer waren ja noch Eroberer und da war es natürlich ganz wichtig, solche Grenzen zu haben, die sich auch entsprechend verteidigen lassen. Ja, also wir können noch mehr Auffälligkeiten sehen, auch wenn wir hier das nochmal vergleichen mit der Isoglossenkarte. Also auch jetzt mal ganz im Norden. Dort haben wir die Grenze des Pikadischen, Südgrenze des Pikadischen. Die findet sich hier eben auch wieder. Das ist die Diözese von Amiens, beziehungsweise die Diözese von Beauvais. Also diese beiden Grenzen bilden halt die Südgrenze dann auch des Pikadischen. Und wenn wir weiter im Norden schauen, Cambrai und Liège, da haben wir eben auch die Grenze zwischen Pikadisch und Wallonisch. Und tatsächlich, die Struktur, die wir hier sehen, hat die dicken Linien, finden wir wieder hier auch auf der Isoglossenkarte. Wenn wir da oben schauen, Pikadisch, die Südgrenze, das sind also eben genau diese Grenzen. Und wir sehen dazwischen eben auch das Pikadische nochmal aufgeteilt zwischen der Diözese von Amiens und der Diözese oder Bistum von Cambrai. Und das wiederum abgetrennt vom Wallonischen. Also ziemlich genau diese Grenze. Und ja, also auch andere Isoglossen lassen sich in Zusammenhang bringen mit Bistumsgrenzen. Also hier nochmal diese Bistumsgrenzen und die Isoglossen. Ja, was sind das für Isoglossen? Das sind sehr unterschiedliche Isoglossen. Ich habe die Legende dazu hier auch mal. Wir können uns das mal anschauen, was das im Einzelnen so ist. Also hier erstmal zum Beispiel die Linie 1. Da geht es um die Behandlung der kurzen lateinischen Vokale. Also da wird einmal Ö im Norden von U getrennt oder Isoglossen 2 die Behandlung von A in offener Silbe, also A libre, freies A, bedeutet A in offener Silbe, betontes A in offener Silbe natürlich, dass eben entweder A bleibt im Süden oder eben dann geschlossen wird. Beispiel Main, da haben wir heute ein nasadiles E eben und im Süden Frankreichs Main. Dann nochmal gucken, welche diese Linien finden. Wenn wir da im Westen schauen, da ist die Linie 1 über dem Portevin. Und ja, 2 ist dann im Süden davon, das beim Saint-Angers, da in der Gironde-Mindung kann man die 2 erkennen. Oder weitere Beispiele, K, U zu Q. Q vereinfacht, das ist Linie 4 oder Anlaute B, L, P, L, K, L, G, L, F, L, die sich auch entsprechend dann zu F plus Halbvokal verändern. Also beachten Sie bitte, die Transkription ist jetzt hier nicht IPA, sondern die Transkription, die im Atlas verwendet wird. Und da steht das Y für einen Halbvokal. Und so weiter. Also hier haben wir jetzt noch andere Merkmale. Also die Gesamtzahl der Merkmale, die hier ausgewertet wurden von diesem Autor Rosenquist, sind also 68 Merkmale. Und die sehen wir hier eben auf dieser Karte. Und dann sehen wir eben entsprechende Isoglossenbündel. Ja, das Ganze beruht, wie ich auch schon sagte, auf den Analysen des Atlas Linguistique de la France, der am Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen ist. Und in diesem Atlas ist genau wie hier als Orientierung, die, also sind die Departementsgrenzen eingezeichnet und die Namen der Departements abgekürzt auf der Karte, damit man sich besser orientieren kann. Aber die Departements sind natürlich ein ganz neuer, sind eine ganz neue Verwaltungsstruktur, also eine Verwaltungsstruktur, die erst nach der Französischen Revolution eingeführt worden ist und die sich nicht sehr an den alten Provinzgrenzen orientiert. Und deshalb haben die auch wenig sprachlichen Niederschlag. Ja, wenn wir uns jetzt diese Karte anschauen, dann handelt es sich dabei natürlich um eine Sekundäranalyse. Also die Karte selbst ist nicht im Atlas Linguistique de la France zu finden. Im Atlas Linguistique de la France finden wir vor allen Dingen lexikalische Karten. Da sind also Wörter, zum Beispiel das Wort Biene, Abbey. Und dann finden wir auf der Karte, wie Abbey jeweils realisiert wird. Und dann sind eben hier diese phonetischen Analysen sekundär durchgeführt worden und auch die Isoglossen eben erst dann eingezeichnet worden nach der sekundären Analyse. Schon der Herausgeber des Sprachatlases hat solche sekundären Analysen gemacht. Also er hat nicht nur im Atlas selber die Karte Abbey dort eingefügt, sondern er hat eben auch solche Sekundäranalysen gemacht. Die finden sich allerdings jetzt nicht im Atlas Linguistique de la France, sondern das ist eine andere Publikation von Gilles Giron, dem Herausgeber des Atlases, 1918. Da geht es um die erste Karte im französischen Sprachatlase, die Karte Abbey eben. Und da hat er jetzt eben eine Sekundäranalyse gemacht auf der Basis dieser Karte. Er hat also die verschiedenen Typen hier auf diese schematische Karte gebracht. Und wir erkennen sehr schnell, und das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis, dass Abbey gar nicht so häufig ist in Frankreich. Also wir haben, naja doch, es ist schon häufig, aber es ist nicht das Wort, was wir im Zentrum Frankreichs finden. Obwohl es heute im Standard verwendet wird, sieht man hier deutlich, dass Abbey vor allen Dingen im Süden Frankreichs zu finden ist. Oder eben Wörter, die zu Abbey passen. In Norden Frankreichs, also in weiten Bereichen Frankreichs, wird stattdessen etwas anderes verwendet, nämlich Musch, beziehungsweise genauer genommen, Musch am Miel, die Honigfliege. Ja, wie gesagt, also wir sehen, das ist also durchaus interessant, allein schon lexikalisch. Und dann geht es natürlich jetzt auch darum, wie heißt das Wort genau. Dann kann man natürlich Sekundäranalysen einmal über Musch durchführen, also das ist der lateinische Mosca, oder über Abbey durchführen, was ja auf Apis oder Apicula genau genommen zurückgeht, also eine Verkleinerungsform von Biene auf Lateinisch. Und ja, wie das jetzt hier was lautlich behandelt worden ist, kann man also sehr schön hier entnehmen und dann eben auch weitere, zum Beispiel phonetische Analysen eben hier durchführen. Ja, also Sie sehen, das ist ein sehr mächtiges Arbeitswerkzeug, der Atlas Linguistique de la France, also oft abgekürzt mit ALF, ist allerdings auch schon sehr alt. Die Erhebung dazu ist am Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführt worden. Der Atlas selber erscheint zwischen 1902 und 1910 eben herausgegeben von besagten Jigirant, einem Schweizer Linguisten, in Zusammenarbeit mit einem Enquêteur, mit jemandem, der die Untersuchung gemacht hat, nämlich Edmond Edmond. Und das Ganze hat ein Vorbild, nämlich den deutschen Sprachatlas von Wenker, beziehungsweise den Sprachatlas des Deutschen Reiches zunächst mal, der dann später entschieden ist unter dem Titel Deutscher Sprachatlas, aber erst nach dem Atlas Linguistique de la France. Aber das Projekt gab es eben schon unter dem Namen Sprachatlas des Deutschen Reiches von Georg Wenker. Georg Wenker hat im 19. Jahrhundert sich eben mit diesem Sprachatlas beschäftigt und ihn eben herausgegeben. Also hier ist ein frühes Foto von Georg Wenker. Er hat sehr viel aufgenommen. Wir werden uns die Zahlen gleich nochmal anschauen und das führt natürlich dazu, dass der Sprachatlas nicht ganz übersichtlich ist. Die Karten, mit denen zunächst gearbeitet wurde, sind nicht als Buch erschienen, sondern als große Wandkarten. Und wir haben hier sowas, nämlich die Karte Kleider. Aber die Karte Kleider ist nicht als eine große Wandkarte erschienen, sondern als drei große Wandkarten. Deshalb sehen wir hier auch entsprechend dreimal die Legende. Das ist jetzt praktisch zusammengelegt worden. Einmal der Teil Nordwesten, dann Nordosten und Süden. Also jeweils drei große Wandkarten pro Wort. Also nicht pro Wort, pro Merkmal. Das sind eben Wörter. Es sind zwar nicht Wörter abgefragt worden, das werden wir gleich noch sehen, aber auf der Karte sind eben Wörter. Ja, hier haben wir jetzt eine solche Karte. Da sieht man schon ein bisschen mehr drauf. Also eine dieser Wandkarten, das ist jetzt allerdings nicht Kleider, sondern die, die ich hier habe, ist die Karte R. Also dritte Person Singular Maskulinum. R, und wir sehen schon in Norddeutschland, das ist im Nordwesten, überwiegend Formen, die zusammengefasst sind. Und der He, oder He, weiter südlich. Und dann eben hier im Südosten des Nordwestens, dann eben R. Ja, aber die Karte ist noch sehr viel detaillierter. Denn wenn man hier ein bisschen näher drauf schaut, dann sieht man dann auch ganz kleine Punkte und so. Also dazu muss man wissen, dass 50.000 Gemeinden befragt wurden. Und wir haben hier also 50.000 Punkte auf der Karte. Und das macht das natürlich sehr schwierig, sich damit genau zu beschäftigen. Ich habe hier mal einen Ausschnitt genommen. Das ist die Karte NIT, NET. Und der Bereich ist hier rein fränkisch. Wir sehen auf der Karte Wiesbaden-Mainz, ziemlich in der Mitte. Und eben die verschiedenen Ortspunkte, wo Leute befragt wurden. Wenke hat das so gemacht, dass er schriftliche Fragebögen verschickt hat an Dorfschullehrer, oder nicht Dorfschullehrer, also Lehrer, die das ausfüllen mussten. Und zwar mussten sie Sätze, die er vorgegeben hat, in den lokalen Dialekt übersetzen und entsprechend aufschreiben. Also so, wie sie das gehört haben. Es gab auch kein einheitliches phonetisches Alphabet. Und von daher kann man sich vorstellen, dass das doch nur sehr ungenau ist. Also man hatte natürlich im 19. Jahrhundert keine Möglichkeiten, hier irgendwas aufzunehmen. Auch für den Atlas Lang-Bestique de la France wurde das alles schriftlich gemacht. Aber es gab eben hier nur eine Person, die es untersucht hat und deshalb eben einheitlich geschrieben hat. Hier kommt noch ein weiteres Problem dazu. Die Leute, die dann das Material auf die Karten übertragen haben, haben es auch nicht immer einheitlich übertragen, sodass hier sicherlich sehr viele Schwankungen zu sehen sind. Insbesondere dadurch, dass eben diese Karten auch immer eine Interpretation enthalten. Sie haben also nicht nur die Ergebnisse, die an einem Ort gefunden wurden, die durch so ein kleines Zeichen dargestellt wurden. An der Seite war dann die Legende für diese verschiedenen Zeichen, also Punkte oder Kreuze, wie man das hier auf der Karte sehr schön sehen kann. Sondern es gab dann immer so Zusammenfassungen, die man hier auch sieht, mit Grenzen. Und wenn man solche Zusammenfassungen macht, ist da natürlich immer die Möglichkeit drin, gewisse Interpretationen vorzunehmen und Sachen zusammenzufassen, die vielleicht doch nicht zusammengefasst gehören und so. Deshalb unterscheiden sich die Karten dann jeweils auch nach dem Kartenzeichner. Ja, was hat Wenker für Vorgaben gemacht? Also in seinem Fragebogen waren Sätze, die sogenannten Wenker-Sätze. Das sind Beispielsätze, die Wenker aus verschiedenen Kriterien zusammengesetzt hat. Er wollte halt möglichst unterschiedliche Laute drin haben, auch unterschiedliche morphologische Phänomene. Zum Beispiel hat er ein großes Interesse an Diminutiven. Das war ihm im Einland bei einer Voruntersuchung aufgefallen, dass da viele Diminutive verwendet werden und dass die Formen unterschiedlich sind. Also Diminutive, sogenannte Verkleinerungsformen. Wir sehen das hier, wenn Sie mal Satz 26 anschauen. Hinter unserem Hause stehen drei schöne Apfelbäume, drei Apfelbäumchen mit roten Äpfeln. Äpfelchen. Und solche Diminutive haben ihn halt sehr interessiert. Also man sieht, es geht nicht nur um Phonetik, sondern eben auch um Morphologie. Allerdings ist natürlich das Problem, was auch Wenker nicht wusste am Anfang seiner Untersuchung, dass nicht alle Varietäten des Deutschen tatsächlich einen Diminutiv haben. Und das Problem ist natürlich dann auch, wenn man solche Fragen stellt, ja was machen dann die Probanden oder auch der Lehrer, der sich damit auseinandersetzen muss und der wahrscheinlich auch andere Leute fragt, weil derselbe den Dialekt nicht so gut kann. Was macht er dann mit solchen Sätzen? Oder wie verhalten sich dann die Gesprächspartner? Es mag ja sein, dass ein Dialekt noch mit Apfelbräumchen und Äpfelchen zurechtkommt, aber in 27 ein Augenblickchen, ja ob es dafür dann ein Diminutiv gibt, das ist dann die Frage. Machen Sie dann sowas daraus wie einen kurzen Augenblick oder ignorieren Sie den Diminutiv? Das kann unterschiedlich sein und wenn wir dann gar kein Diminutiv haben, wissen wir nicht unbedingt, woran das liegt. Ein anderes Problem sehen wir hier auch bei Satz 3, da lautet der Satz, tu Kohlen in den Ofen, damit die Milch bald zu kochen anfängt. Tu Kohlen in den Ofen, ja es gibt natürlich nicht überall Kohlen. Also manche feuern mit Holz, andere gerade im Norden feuern mit Torf und dann besteht Kohlen vielleicht nur in Form eines Lehnwortes und wenn man da jetzt eine Form hat, tja dann gibt es ist halt die Frage, ist das jetzt ein hochdeutsches Lehnwort oder ist das wirklich das traditionelle Wort für Kohlen oder hat vielleicht der Übersetzer das übertragen und hat zum Beispiel das Wort für Torf statt für Kohlen genommen, wo man eben Torf in den Ofen tut. Das ist dann natürlich nochmal schwierig und macht auch die Ergebnisse dann wieder schwer zu vergleichen. Ja, es gibt noch andere Probleme. Ich schlage dich gleich mit dem Kopfschlöffel um die Ohren, du Affe, Satz 11. Affe ist ja hier nicht das Tier, für das möglicherweise auch nur ein Lehnwort im Dialekt gibt, sondern eine Beleidigung. Ist natürlich die Frage, ist Affe in der entsprechenden Gegend eine typische Beleidigung oder muss da eine andere verwendet werden? Also auch hier Schwierigkeiten. Ja, es geht weiter. Es sind 40 Sätze, am Anfang waren es glaube ich 42 Sätze, die dann etwas kondensiert worden sind, indem man halt Sachen zusammengefasst hat, also einmal mit und ohne Diminutiv oder hier in Klammern nochmal Zahlwörter eingefügt. Ja, genau, hier haben wir auch nochmal in 32 wieder ein Diminutiv, man sieht also Wenker war da sehr scharf auf Diminutive, aber das ist natürlich nicht unproblematisch. Ja, hier noch ein paar Zahlen, also es gibt 1668 handgezeichnete großformatige Karten, diese Karten sind erstellt worden zwischen 1888 und 1923, also doch eine ziemlich lange Zeit hat man dafür verwendet und erst ab 1927 gab es dann eine Publikation, also schon nach Wenker selbst, also von seinem Nachfolger Rede, diese Publikation ist zum Teil in Schwarz-Weiß, nein, es ist nur in Schwarz-Weiß gemacht worden, was natürlich die Übersichtlichkeit erhöht, aber natürlich auch wieder die Genauigkeit nicht zeigt, also wenn man das genau haben will, dann musste man bis 2001 nach Marburg fahren, in das Institut des deutschen Sprachatlases und dort konnte man dann die großen Karten einsehen, es gibt auch noch Kopien in Berlin, aber eben um damit zu arbeiten, war das, eben war die Anlaufstelle immer Marburg und seit 2001 gibt es also eine digitale Variante, den sogenannten digitalen Wenker-Atlas, also nach Georg Wenker benannt und man kann die Dinge auch im Internet abrufen, das ist natürlich eine deutliche Erleichterung und im Grunde muss man sagen, ja, erst ab 2001 ist der Atlas in geeigneter Weise publiziert. Das zeigt sehr schön, dass bestimmte Publikationsformen erst gehen, wenn man entsprechend auf das Internet zurückgreifen kann. Ja, also das Projekt war sicherlich zu ambitioniert am Anfang und hatte gewisse Probleme, die ich ja schon eingegangen bin und Jules Girand kennt dieses Projekt und versucht Probleme zu vermeiden. Erstmal, er hat nur eine Person, die Aufnahmen macht, nämlich Edmond Edmond. Er nimmt sich nicht 50.000 Ortschaften vor, sondern 639, die halt Herr Edmond entsprechend anfahren kann. Jules Girand lässt Paris aus, weil die sprachliche Situation in Paris komplex ist. Wir kommen gleich noch auf das Problem der Stadtsprache zu sprechen und lässt also jetzt Aufnahmen durchführen zwischen 1897 und 1900. Das geht also relativ fix. Ja, und hier haben wir jetzt endlich mal so eine Karte, wie sie dort im Atlas ist. Man kann hier die Ortsnamen sehen, also die Ortsnamen in der jeweiligen lokalen Aussprache in dem Transkriptionssystem, das Girand zusammen mit einem Phonetiker entwirft. Ossillon heißt ja Phonetiker, aber spielt ja jetzt keine so große Rolle. Und da sieht man eben jetzt die Ortsnamen jeweils in der Transkription. Dieses Transkriptionssystem hat sich nicht weiter durchgesetzt. Es ist also für uns heute ein bisschen schwierig. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass hier anders transkribiert wird, als man das von IPA kennt. Neuere Sprachatlanten benutzen also häufig dann auch IPA, die Transkription der International Phonetic Association oder Association de Phonetik International. Und damit wird alles dann doch leichter zugänglich. Hier muss man sich erst eindenken in das entsprechende Transkriptionssystem. Ja, wir sehen hier auch schon, das Netz ist nicht sehr dicht und dadurch ist möglicherweise auch schwierig genau zu sehen, wo Dialektgrenzen verlaufen. Wir müssen uns ja vorstellen, die Idee von Wenker war eben schon, Dialektgrenzen zu bestimmen, deshalb auch diese Genauigkeit. Das ist vielleicht bei Giron nicht mehr so im Vordergrund. Natürlich geht es ihm dann darum, auch Isoglossen zu etablieren, aber eben in den Sekundäranalysen. Also zunächst mal kommen Lexeme auf die Karte, die eben entsprechend abgefragt werden. Also jetzt nicht mehr irgendwelche Sätze, sondern es geht vor allen Dingen um Lexeme, also einzelne Wörter, wobei auch bei Giron Sätze abgefragt werden. Ja, ich habe hier mal einen Ausschnitt daraus, das ist aus dem Buch Le Gascon von Gerhard Rolfs, da gibt es noch nicht den Gasconischen Regionalatlas, als Rolfs dieses Buch schreibt, sondern er nimmt hier die Daten aus dem ALF, wir sehen hier auch die ALF-Punkte mit den entsprechenden Nummern, zu orientieren sind da auch noch Städtenamen, DAX, Mont de Marson eingezeichnet, Tarbe sehen wir auch, Agin, den Fluss Garonne, das T dann südlich von Agin steht für Toulouse, das B ganz oben an der Gironde für Bordeaux und auf diese Weise kann man sich gut orientieren, außerdem sind eben auch die Gegenden eingetragen und zwar einmal die Namen der Departements Bas-Pyrinée zum Beispiel, aber eben auch die traditionellen regionalen Namen Midoc-Lande Armagnac und daneben im Gers ist wieder ein Departementsname und Pirinée natürlich also das dient eben hier zur Orientierung und natürlich ist klar, die traditionellen Regionalnamen haben einen gewissen Vorteil. So, was wir hier sehen, sind jetzt die einzelnen Merkmale, um die es geht, die dann als Isoglossen dargestellt werden, also man sieht, es handelt sich wieder um eine Sekundäranalyse, wir sehen um welche Karte es geht, ALF, Karte 539 und das ist eben die Karte Mehl und die verschiedenen Formen für Mehl helfen hier, die Grenze zu ziehen zwischen F und H, also Realisierung von F als F beziehungsweise als H, also Farina, das Mehl und Hadio, Hadio, das F wird zu H im Gaskonischen, das N fällt aus und das auslautende A wird zu offenem O und deshalb also hier Hadio und auf der Karte, also die Linie 2 ist also die F H Grenze und auf welcher Basis dann diese Grenze etabliert worden ist, es gibt immer die Karte an, die dahinter in der Liste steht, manchmal reicht nicht eine Karte, wenn wir zum Beispiel gucken, neun bestimmte Artikel et und et klar, das sind zwei verschiedene Artikel, also nimmt man entsprechend zwei Karten, 386 für den maskulinen Artikel und 727 für den femininen Artikel. Ja, also auch hier sehr unterschiedliche Merkmale, also zum Teil Lautentwicklung, das ist bei 1, 2 der Fall, 3 geht so ein bisschen vielleicht, da muss man sich dann fragen, ist das Lautentwicklung oder Morphologie, ist so ein bisschen dazwischen, obwohl aber doch eher Lautentwicklung, also das prothetische A, wenn man das Wort ein A vorangestellt bekommt, und zwar wenn es mit R beginnt, also Rem, also Französisch Rien, das afghaskonisch Arre heißt. der Schwund von N hatten wir gerade schon bei Farina, aber eben hier bei Luna zu Lüjo der Mond oder Vereinfachung von ND zu N also Tondere zu Tone Das ist eine typische Vereinfachung, die man in der Gaskonje findet, die man auch in Italien findet und sogar in Franken denken Sie an 100 für 100 Dann haben wir hier Praube Da geht es um die Metathese des R's Und jetzt kommen wir aber zu ganz anderen Sachen mit 7 Also ein syntaktisches Phänomen Einschub der Partikel K in Aussagesätzen Also K Bieni Ich komme Was vielleicht ursprünglich sowas heißt wie das Ich komme Das wird zum normalen Aussagesatz Ich komme Das wird hier noch näher erklärt Dann geht es weiter mit syntaktischen Merkmalen Also der Typ Comment Fils Soi Grand Statt Comment Fils Soi Grand Also Ersatz des Futurs durch den Konjunktiv beziehungsweise Subjunktiv Bestimmter Artikel hat man schon gesagt das ist also eigentlich dann noch Morphologie und zum Schluss dann auch noch zwei lexikalische Typen also da geht es um den Wortschatz welche besonderen Wörter verwendet werden also hier nur für die Gasconje Ja die Gasconje ist von Anfang an wichtig gewesen also Gasconje im Südwesten Frankreichs kann ich die Karte nochmal anschauen dann sieht man wo das ist also zwischen Bordeaux etwas nördlich von Bordeaux geht es los mit der Gironde Mündung bis zum Baskenland oder bis zu den Pyrenäen und im Osten ist die Grenze die Garonne beziehungsweise die Gironde Gironde ist der Zusammenfluss von Garonne und Dordogne ansonsten passt es sehr gut mit der Garonne die wird meistens als Grenze angenommen ganz im Süden in in dem in der Gegend hier mit Ariège gezeichnet ist da ist tatsächlich die Garonne nicht mehr die Grenze des Gascognischen sondern die Isoglossen bündeln sich dann an anderen geophysischen Gegebenheiten nämlich am Gebirge ja die Gascogne ist interessant wegen des Gascognischen also einer südfranzösischen Varietät also aus dem Kontinuum der Languedoc also eine Varietät des Occitanischen die besonders exotisch ist die Merkmale habe ich ja zum Teil hier schon genannt und es ist natürlich interessiert natürlich wieso es diese Besonderheiten gibt die haben möglicherweise was mit dem Baskischen zu tun denn in der Gascogne haben schon eben seit Alters her Leute das Baskische aufgegeben und sind zum Romanischen gewechselt und dadurch ist eine besondere Form des Romanischen entstanden eben das Gascognische und der Name Gascognisch das erinnert natürlich an Wasconia also ja an das Baskenland ja es gibt nun ganz interessante Phänomene dort die eben auch schon ihr Raum behandelt hat also gleich am Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich ein solches Phänomen ist dass es Ersatzwörter für den Hahn gibt und der Hahn in der Gascogne ist ein Phänomen das hier auch sehr umgetrieben hat es ist nämlich folgendes Geschehen wir haben lateinisch Gallung und wir haben vorhin schon gesehen am Artikel so langes L was letztlich dann an der Wortkanzler zu stehen kommt weil das U natürlich ausfällt in der Lautentwicklung wird zu Gatt und lateinisch Kattu oder Gattu wird ebenfalls zu Gatt und das wird zweimal Gatt haben und einen Homonymen Konflikt also das gleiche Wort mit unterschiedlicher Bedeutung also die gleiche Wortform hat eine unterschiedliche Bedeutung und dann spricht man von Homonymie und das ist problematisch insbesondere problematisch wenn eben auf dem Hof sowohl Hähne wie Katzen rumlaufen und man die doch gerne unterscheiden möchte vielleicht noch was zu den Formen hier man nimmt oft Großbuchstaben oder Kapitelchen für die lateinische Ausgangsform für die Ausgangsform im gesprochenen Latein die Ausgangsform im gesprochenen Latein endet ja im Nominativ auf Us bei maskulinen Wörtern der O-Klasse und dann im Akkusativ auf Um aber das M schwindet schon in klassischer Zeit und später schwindet auch das S deshalb nimmt man eben meistens die Akkusativ Form hier die mit dem Applativ zusammenfällt und das dann besonders häufig ist lässt aber die Akkusativ Form lässt das M im Akkusativ weg weil das zur klassischen Zeit schon problematisch war in der gesprochenen Sprache ein solches M zu hören und deshalb wird eben ein sogenanntes Etimon also die Ausgangsform für die Lautentwicklung gern so angegeben wie hier in Großbuchstaben und ohne das M dennoch aber in der Akkusativ Form also Galu Katu Gattu sind dann eben die Ausgangsform und es kommt hier zum Zusammenfall Gatt ist dann jeweils die Form die entsteht ja und Girard war nun der Meinung dass es hier eine Form der Erkrankung der Sprache gibt er spricht dann auf Französisch von Pathologie Linguistik und er sagt die Sprache oder die Sprecher führen eine Therapie durch sie heilen das Problem indem sie Ersatzwörter benutzen die Ersatzwörter in der Gascogne für den Hahn sind Hazan und Begay Begay habe ich hier einmal so geschrieben wie man es in der Literatur oft findet nämlich mit B am Anfang das ist jetzt so eine orthografische Form die so ein bisschen auch am ALF orientiert ist ich habe dann nochmal die derzeitig übliche orthografische Repräsentation in der Gascogne genommen da gibt es zwei Möglichkeiten entweder das Begay zu schreiben er fällt dann im Gascogne im Ausland aus oder aber da in weiten Bereichen der Gascogne das I zu A wird eben tatsächlich Begay zu schreiben das ist hier also eine der möglichen Gascogne orthografien die natürlich an das klassische occitanisch angelehnt sind und ja wenn man das so schreibt da kennt man auch leichter die Etymologie dieser Wörter gut von Hasan das ist nicht weiter schwierig die Etymologie ist Fasanus der Fasan also Fasanu hier als Etymon der Pfeil ohne Strich ist also nur diese Pfeilspitze gibt eben in der Linguistik oft eine Entwicklung an eine sprachgeschichtliche Entwicklung und wir haben also jetzt hier Hasan aus Fasanu und Begay entsteht aus Vicarius Latanisch Vicario Vicario dabei handelt es sich um einen ja Priester oder aber auch es ist wohl auch die Bezeichnung für so eine Art Friedensrichter wie auch immer man kann den Zusammenhang vielleicht daran erkennen dass der Hahn ja auch durch sein Federkleid auffällt und dieser Richter oder vielleicht auch der Priester durch seine besondere Kleidung und ähnlich eben auch beim Fasan der Fasan hat ja so ein männlicher Fasan ein sehr auffälliges Gefieder was er ja dann auch noch zum Balzen besonders deutlich darstellen kann also mit diesen Schwanzfedern und der Hahn ist nicht ganz so auffällig ist aber wenn man ihn mit den Hühnern vergleicht natürlich auch auffälliger und daher kann man eben Hassan auch auf den Hahn beziehen beziehungsweise aus dem Grunde wird eben Begay auf den Hahn bezogen ja die Analyse ist zum Teil sicherlich richtig denn wir finden ja tatsächlich in der Gascogne diese Wörter für den Hahn und zwar ziemlich genau in dem auch eben dieser lautliche Zusammenfall von Katze und Hahn auftritt also ein Homonymen Konflikt vorhanden ist aber die Erklärung scheint nicht ganz richtig zu sein denn es ist ja schlecht vorstellbar wenn einmal Laute zusammengefallen sind und man sich eben irgendwie nicht mehr verständigen kann dass dann Sprecher hergehen und sagen Moment wir müssen da was anderes machen also so einfach geht es nicht es ist eigentlich nur zu erklären und da gibt es auch sogar aus den Sprachratlanden gewisse Hinweise drauf in dem man annimmt es gibt neben dem Wort für Hahn Ersatzwörter und diese Ersatzwörter beschränken sich in ihrem Vorkommen ja dann wahrscheinlich nicht nur auf das Gebiet in dem der Homonymen Konflikt auftritt aber da wo der Homonymen Konflikt auftritt fallen halt die ursprünglichen Wörter weg oder können nicht so gut verwendet werden und die Ersatzwörter werden häufiger und können auf diese Weise die ursprünglichen Wörter ersetzen diese expressiven Ausdrücke die praktisch neben den ursprünglichen Ausdrücken bestehen nennt Walter von Wartburg Trabanten Wörter also Trabanten Wörter sind expressive Ausdrücke die neben einem anderen Wort bestehen deshalb Trabanten Wörter die kreisen da so rum herum und die haben jetzt die Möglichkeit übrig zu bleiben wenn das eigentlich übliche Wort aus irgendwelchen Gründen ausfällt also die Therapie geschieht sozusagen schon vor der Pathologie ja darauf gibt es wie gesagt Hinweise wenn man nämlich genau anschaut wo es überall solche Ersatzwörter gibt dann sieht man dass die Gegend etwas größer ist als die Gegend in der ja der homonym Konflikt vorhanden ist ja dann sehen wir nochmal in der Sprachgeografie geht es also um Dialekte also genau genommen um areale Variation und eben auch um Rückschlüsse auf die Sprachgeschichte wie man hier sehr schön bei dem Hahn Beispiel sehen konnte wie wir aber auch schon gesehen haben bei den Zahlsystemen mit denen wir uns beschäftigt haben also Rückschlüsse auf die Sprachgeschichte ist immer etwas was die Sprachgeografie sozusagen noch mitbringt so jetzt hatte ich ja gesagt Sprachgeografie wird vor allen Dingen im ländlichen Raum betrieben warum nicht in Städten warum nicht in Paris ja das Problem haben die Sprachgeografen schon sehr früh erkannt das Problem ist nämlich dass Stadtsprache sehr viel mehr ist als ein lokaler Dialekt es gibt nämlich eine gewisse Vielschichtigkeit und zwar gibt es Unterscheidungen nach der Formalität und andere Differenzierungen nach Alter Geschlecht Beruf das sind also Dinge die gerade in der Stadt auftreten es gibt Unterscheidungen nach Schichten hat man früher zumindest angenommen das muss dann später nochmal differenziert werden wir werden das auch nochmal kurz sehen Gruppen und Netzwerke spielen eine Rolle in der sprachlichen Differenzierung also schon seit alter Zeit Leute die einen gleichen Beruf haben und sich zusammenschließen zu sogenannten Gilden in Städten oder auch zu Zünften die haben natürlich dann auch viel Kontakt miteinander und sprechen auf eine bestimmte Weise solche Phänomene finden wir vor allen Dingen in Städten und da reicht die Dialektologie nicht aus um das zu beschreiben man hat da immer einen Bogen drum gemacht zunächst in der Dialektologie und dann am Ende des 20. Jahrhunderts insbesondere ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich ein neuer Zweig in der Linguistik herausgebildet die sogenannte Sozio-Linguistik da geht es ähnlich wie bei der Dialektologie um Merkmale mit unterschiedlichen Ausprägungen aber in der Dialektologie sind diese Ausprägungen abhängig vom Ort deshalb kann man eben dann auch solche Isoglossen zeichnen und in der Sozio-Linguistik ist es nicht abhängig vom Ort sondern von verschiedenen sozialen Gegebenheiten Sozio-Linguistik ursprünglich gern mit Bindestrich geschrieben wird deshalb auch als Bindestrich Linguistik bezeichnet weil es hier um den Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft geht also vom Sozialen eben und deshalb eben dieser Bindestrich den man heute gerne weglässt also heute schreibt man Sozio-Linguistik meistens zusammen ohne Bindestrich aber eben hier Soziales und Sprachliches stehen in Verbindung deshalb Sozio-Linguistik wobei man natürlich jetzt für die Dialektologie nach wie vor Dialektologie sagt und nicht jetzt irgendwie Topo-Linguistik obwohl es natürlich auch die Bezeichnung Geo-Linguistik gibt was eventuell eine ähnliche Bedeutung hat wie Dialektologie das müssen wir dann auch nochmal diskutieren ja das Besondere bei der Sozio-Linguistik ist nun ein Konzept das als Sozio-Linguistische Variable bezeichnet wird die Sozio-Linguistische Variable ist ein Merkmal das in Abhängigkeit vom sozialen Kontext variiert das heißt verschiedene Ausprägungen annimmt es geht wieder um die Merkmals Ausprägungen ganz wichtig ist hier der Kontext der soziale Kontext den gilt es näher zu beschreiben der Kontext in der Dialektologie war immer nur der Ort da gibt es eben Merkmale die variieren je nach Ort und hier ist jetzt der soziale Kontext wichtig und was gehört alles zum sozialen Kontext ist ja sehr sehr viel spricht da auch von sozialen manchmal auch von soziologischen Parametern im Grunde wird ja im Deutschen sozial und soziologisch unterschieden in den romanischen Sprachen im englischen weniger da wird dann eben sociological verwendet und unter Umständen sozial gemeint also auf die Gesellschaft bezogen deshalb im sozial soziologisch wäre ja auf die Soziologie die Erkundung der Gesellschaft bezogen das wird eben in romanischen Sprachen und im Englischen nicht so deutlich unterschieden so ein bisschen schleicht sich das auch im Deutschen ein das sozial und soziologisch verwechselt wird ja was sind das für Parameter hier sind sie aufgelistet allerdings ist die Liste nicht vollständig also kann sie gar nicht weil im Grunde das Soziale so komplex ist dass es im Grunde eine offene Kategorie ist aber das was eben häufig eine Rolle spielt sind eben Alter und Geschlecht Beruf das sind glaube ich die wichtigsten sozialen Parameter die praktisch immer untersucht werden und dann eben vor allen Dingen das Netzwerk das Netzwerkkonzept ist relativ neu das erst so in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen davor hat man vor allen Dingen sich um Schichten bemüht um Gruppen und um Berufe und man hat dann eben später festgestellt dass all diese Konzepte wie Schicht Gruppe Beruf nicht so richtig tragfähig sind sondern es geht wohl immer mehr darum wer mit wem zu tun hat eigentlich auch eine alte Erkenntnis aus der Dialektologie auch eine die ich ja auch nochmal deutlich gemacht habe damit dass ich halt festgestellt habe dass so dialektale Beziehungen und Isoglossen was damit zu tun haben wo die Leute einkaufen wo sie zur Kirche gehen also das Netzwerk scheint jetzt vor allen Dingen das Leitkonzept zu sein an dieser Stelle aber es gibt noch mehr Parameter nämlich zum Beispiel das Thema über das man spricht weil sie sprechen unterschiedlich je nach Thema die Situation in der sie sich befinden ist die Situation formell oder eher informell und das da gibt es vielleicht ganz feine Abstufungen die eine Rolle spielen die Situation ist wiederum abhängig vom Gesprächspartner mit dem man also mit der Person mit der man spricht mit der man spricht sie ist abhängig von Leuten die noch dabei sind auch ein Phänomen was erst sehr spät auch erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgefallen ist was mir dann auch nochmal besonders aufgefallen ist bei meinen Studien ich habe dann versucht damit die Leute authentisch sprechen nicht nur selbst mit den Leuten zu sprechen sondern eben auch noch jemanden zu bitten der aus der Gemeinschaft derjenigen kam die da einen Dialekt sprechen sich mit den Leuten zu unterhalten habe dann aber auch wieder festgestellt wenn ich dabei war hat man trotzdem anders gesprochen als wenn ich nicht dabei war also das konnte ich da nicht feststellen dass ich eben vielleicht auch Aufnahmen mir angehört habe bei denen ich nicht dabei war wir hatten da ganz verschiedene Möglichkeiten Aufnahmen zu machen von daher konnte man dann gut unterscheiden dass sich die Leute da eben auch anders verhalten also dieses Bystander Phänomen also das Phänomen der Leute die außer den Gesprächspartnern noch anwesend sind ist nicht zu unterschätzen und auch noch nicht so in allen Zusammenhängen erklärt dann geht es um das Medium was man benutzt also Leute sprechen anders wenn sie zum Beispiel am Telefon sprechen als wenn sie sich gegenüber sitzen das Ganze zeigt sich auch bei der Schriftsprache wenn die Leute auf Papier schreiben schreibt möglicherweise anders als wenn sie in den Computer irgendwas schreiben und oder ins Handy und auch da gibt es nochmal Unterschiede zwischen E-Mail und SMS und so also das Medium spielt doch eine ganz entscheidende Rolle ja jetzt geht es darum diese Dinge etwas zusammenzufassen und da gibt es einen bekannten Merksatz den die Kommunikationswissenschaftler wahrscheinlich kennen denn das ist die Kommunikationstheorie von Harold Leswell kann da nicht sehr viel dazu sagen weil ich eben auch kein Kommunikationswissenschaftler bin da geht es also um sowas wie ja Kommunikation in Zeitungen und so und da heißt es als Formel was zu untersuchen ist who says what to whom in what channel with what effect und das ist auf die Linguistik übertragen worden und zwar von einem ganz bekannten Linguisten wahrscheinlich ich weiß es nicht genau man liest es jedenfalls bei William Leboff einem bekannten Soziolinguisten aus den USA der jetzt oder der lange Zeit in Philadelphia gelebt hat und da doziert hat aber der inzwischen auch pensioniert ist seine ursprünglichen Studien hat er in New York gemacht diese Formulierung ich weiß nicht genau ob sie von ihm ist jedenfalls hat er sie zu eigen gemacht nämlich who what whom what situation also who says what to whom in what situation und ja kann man jetzt nochmal vergleichen ich hab das nochmal gegenübergestellt sie sehen das ist relativ vergleichbar wobei unter Situation natürlich auch der Channel dazu passt ich würde es gern noch ein bisschen ergänzen aus meinen eigenen Erfahrungen also das ist jetzt eine Ergänzung von mir deshalb in eckigen Klammern with what intention ich halte die Intention für wichtig weil die Leute unter Umständen auch ja in ähnlichen Situationen dennoch unterschiedlich sprechen zu den gleichen Leuten wenn sie eine besondere Situation haben Intention haben wenn sie zum Beispiel irgendwas erreichen wollen das oft in Familiensprache dass sie dann eben auch möglicherweise Standard näher sprechen als wenn das nicht der Fall ist also diese Intention spielt sicherlich noch eine wichtige Rolle ja also Soziolinguistik zunächst um ein Problem der Dialektologie zu bearbeiten inzwischen kann man sagen ist die Soziolinguistik eigentlich so groß und wichtig geworden dass man eher davon ausgeht dass die Dialektologie ein Sonderfall der Soziolinguistik ist es geht in jedem Fall und der Gegenstand ist in jedem Fall das Gruppenverhalten beziehungsweise das Verhalten in Korrelation mit einer Situation es geht immer darum mit einer Soziolinguistik eine quantitative Untersuchung zu machen nicht qualitative das Problem der Sprecher Intention stellt sich die ist natürlich individuell und da ist es natürlich dann doch nicht so einfach Quantifizierungen vorzunehmen das Ganze vergleiche ich jetzt mal mit einer anderen Form der Bindestrich-Linguistik nämlich der Psycholinguistik da geht es um die Variationsmöglichkeiten des Einzelnen da kommt man natürlich dann auch an die Sprechersituation leichter ran eben nicht um Gruppenphänomene oder Korrelationen mit Situationen sondern tatsächlich um den Einzelnen der unterschiedlich sprechen kann hier geht es aber um das Individuelle nämlich das Register des Sprechers und die Sprecherintention also da ist der einzelne Sprecher Gegenstand während bei der Soziolinguistik immer Gruppen oder Situationen der Gegenstand sind bei der Psycholinguistik geht es natürlich auch um andere Aspekte noch die weniger mit der Soziolinguistik zu tun haben auch wenn die Psycholinguistik mit der Soziolinguistik gern zusammengenommen wird auch wieder als Bindestrich-Linguistik deshalb auch dieser Bindestrich hier in der Überschrift auch wenn heute Psycholinguistik meistens nicht mehr mit Bindestrich geschrieben wird also es geht hier auch um Sprache und Denken den Zusammenhang was man natürlich gerade auch individuell untersuchen muss Gruppenverhalten ist da schwieriger wenn man den Zusammenhang von Sprache und Denken ermitteln will und natürlich auch Fragen von Spracherwerb und Sprachstörung gehören in den Bereich der Psycholinguistik also die Spracherwerbsforschung und eben auch die klinische Linguistik oder Aphasieforschung also die Forschung von Sprachstörungen gehört hier hin so ja kommen wir aber zurück zur Soziolinguistik die natürlich mit der Dialektologie mehr zu tun hat ich wollte die Psycholinguistik hier nur erwähnen weil ja weil sie oft in einem Atemzug genannt wird mit der Soziolinguistik beziehungsweise weil es auch Verwechslungen gibt also wie gesagt bei der Psycholinguistik steht der Einzelsprecher die Einzelsprecherin im Vordergrund bei der Soziolinguistik immer Gruppen oder Situationen bei der Soziolinguistik geht es dann um sogenannte soziolinguistische Variablen das sind oft phonetisch-phonologische Variablen geht also darum wie ein Laut realisiert wird und das spielt eine große Rolle in der Soziolinguistik wie eben auch in der Dialektologie seltener geht es auch um Morphosyntaktisches das ist auch ähnlich wie bei der Dialektologie bei der Dialektologie haben wir es aber immer so dass die einzelnen Atlas-Karten die wir so finden oft Wortkarten sind also der Wortschatz spielt in der Dialektologie eine große Rolle in der Soziolinguistik wird das oft übersehen obwohl es auch eine Rolle spielt also ich habe hier mal ein Ausrufungszeichen dahinter geschrieben hinter das Wort Wortschatz weil die Frage des Wortschatzes oft übersehen wird ja die Soziolinguistische Variable hat dann auch ihren Niederschlag gefunden in sogenannten Variablenregeln diejenigen die bei mir die Vorlesung über die Phonologie gehört haben werden sich erinnern wir haben ja phonologische Regeln die sonst eindeutig sind das heißt ein Laut wird immer auf eine bestimmte Weise in einem bestimmten Kontext realisiert bei den variablen Kontexten kommt aber jetzt auch noch der Umstand dazu die Situation oder die Gruppe Beispiel aus dem Französischen Port kann gerade im Pariser Raum Port realisiert werden also das R Stimmloser wird stimmlos hier formelhaft dargestellt das urlare R R-Aproximante das ist das umgekehrte R wird stimmlos das ist die stimmlose Variante dieses X mit den langen Beinen also eigentlich ein Chi also wird stimmlos in einer bestimmten Situation also zunächst wird der sprachliche Kontext angegeben nach so einem Schrägstrich also Platzhalter steht vor minus stimmhaft also vor einem Laut der nicht stimmhaft ist in diesem Fall das T wird R zu das geschieht aber nicht immer sondern nur in bestimmten Gruppen in bestimmten Situationen also Gruppe 1 Situation 1 ist hier aufgelistet sagen wir mal im Pariser Französisch wenn es informeller wird hört man eher Port als wenn es weniger informell ist ja das ist also die variablen Regeln findet man häufig eben in der Soziologistik und wenn wir uns jetzt da Werke genauer anschauen dann finden wir natürlich das große Vorbild William Labov und Leute die das dann also die Methoden von William Labov übernehmen für das Französische André Martinet Henriette Valder zum Beispiel für das Deutsche und das Italienische von einem deutschen Soziolinguistik Norbert Dittmar das Italienische sollte man vielleicht Gaetano Beruto nennen für das Spanische und Katalanische spielt Brigitte Schlieben Lange eine gewisse Rolle in der Soziolinguistik wie gesagt das Ganze entsteht in den 70er 80er Jahren des 20. Jahrhunderts das heißt alle diese Namen sind Namen von Personen die entweder schon gestorben sind wie André Martinet oder Brigitte Schlieben Lange oder eben zumindest pensioniert sind wie Norbert Dittmar Gaetano Beruto und ich glaube auch Jett Walter sagt er ja was was geht es hier man kann es vielleicht schnell ansprechen eine berühmte Forschung von William Labov da dreht es sich um die Realisation von R in New York Language in B in the City hast du diese berühmte Studie Language in B in the City er hat halt festgestellt dass das R unterschiedlich ausgesprochen wird und zwar am Wort Ende hat eine gewisse Neigung zu verschwinden im Wort Inneren etwas weniger aber verschwindet auch und das ist abhängig von ja sozialen Gegebenheiten also Schicht Zugehörigkeit war die Vorstellung zunächst William Labov hat eine Untersuchung durchgeführt er hat seine Oncreteur also diejenigen die die Erhebung machen in verschiedene Kaufhäuser geschickt in der New York unterschiedlich gut betuchte Leute einkaufen und hat festgestellt je teurer das Kaufhaus umso weniger er hat die Leute immer fragen lassen nach einem Objekt das es im vierten Stock gab also wo ist das und das wo gibt es Rasierapparate und die Angestellten haben dann immer geantwortet on the fourth floor und das unterschiedlich artikuliert also entweder fourth floor gesagt das ist dann eher in preiswerteren Geschäften und in besonders teuren Geschäften wurde dann eben fourth floor gesagt wo überhaupt kein R mehr zu hören war hat dann noch später im Laufe der Untersuchung festgestellt dass die Angestellten die ja selber vielleicht gar nicht so gut betucht sind in informellen Situationen das anders aussprechen das R aber hier im Kaufhaus eben tatsächlich kann man das sehr schön korrelieren wie teuer das Kaufhaus ist und wie oft das R zu hören ist das R scheint eine ganz besondere Rolle zu spielen taucht auch immer wieder auf in sozio-linguistischen Untersuchungen eben auch beim Französischen gibt es ja verschiedene Varianten des R das Uvular gerollte Trill R der stimmhafte Uvular Frikativ oder auch Apoximant hier ist umgekehrtes R geschrieben und den stimmlosen Uvular Frikativ wir hatten das schon gehört Pocht die stimmhafte Variante wäre Pocht 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 und das Zäpfchen R Pocht Pocht das haben wir nur noch bei Edith Piaf hier nochmal in der Tabelle der Internationalen Phonetischen Organisation wenn wir hier in den Uvular Bereich schauen Trill also das langgezogene oder das Zäpfchen also schwingt das normale große R das aber heute im Französischen praktisch nicht mehr vorkommt normalerweise ist das umgekehrt geschriebene eben Frikativ oder Apoximant ein bisschen dazwischen Pocht Pocht und die stimmlose Variante Pocht die eindeutig ein Frikativ ist auch im Rheinischen finden wir das auch dort gibt es eben auch diese stimmlose Variante in Kontakt mit stimmlosen Vokal Konsonanten Ja wie sieht es im Französischen aus der gehobene Standard insbesondere nach Konsonant hat tatsächlich noch dieses R dieses altertümliche Edith Piaf zum Beispiel Rien Rien de Rien also hier Trois 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 insbesondere nach Konsonant insbesondere nach T Trois Trois ist aber ein kürzeres R also kein Trill mehr Trois Trois oder Rü Rü und daneben was wir gar schon hatten Stadt Port Port dabei gibt es gerade vor Wortende beide Möglichkeiten Rar oder Rach die letzte besonders in Paris Ja Hier nochmal bisschen schematischer dargestellt gehobener Standard und dann haben wir plötzlich außerhalb gehobene Standards diese Schwankung die individuell abhängig ist vom Register also welches Register gerade gesprochen wird mehr oder weniger formell aber eben auch vom Soziolekt also spricht dann auch von diastratischer Variation also von der Gruppe mit der man zu tun hat also man kann es gruppenspezifisch untersuchen daneben gibt es eben noch die alte dialektale oder regionale Aussprache insbesondere im regional französischen das Zungenspitzen R C'est vrai 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 die alte Aussprache dann müsste man eben von Diachroner oder diachronischer Variation sprechen oder wenn es eben um Dialekte geht dann von dialektaler diatopischer arealer Variation und wir haben also hier die verschiedenen Variationen die natürlich nicht auf einer Ebene zu sehen sind Diachronie ist natürlich Sprachgeschichte ein ganz anderes Erkenntnisinteresse und eben so zu Dialekte da geht es so zu Lekte da geht es eben um tatsächlich Gruppenverhalten was man quantitativ untersuchen kann Register sind immer individuell zu untersuchen ja also Dimension der Variation es ist im Grunde eine Wiederholung denn die meisten haben das sicherlich schon in Einführungsveranstaltungen sich genauer angeschaut es gibt eben freie Variation gibt Register gibt Soziolekte das ist eben Variationen in Gruppen und die Diachronie die da eigentlich nicht dahin gehört wird manchmal auch als Dimension der Variation bezeichnet oder eben Dialekte Regiolekte diatopische Areale Variation die blauen Begriffe hier sind vor allem in der deutschen Romanistik verbreitet aber außerhalb Deutschlands und außerhalb der Romanistik eher unüblich ja Martine Walter was haben die gemacht nun die haben diese ganzen Schwankungen in der Aussprache versucht zu erfassen in einem Wörterbuch einem Wörterbuch der französischen Aussprache das war nicht einfach französische Aussprache sondern dans son usage réel in ihrer also in ihrem reellen Gebrauch in ihrem wirklichen Gebrauch und die Aussprache im wirklichen Gebrauch sie haben eine Reihe von Sprechern genommen die alle als besonders gebildete gute Sprecher des Standards gelten und haben den Wortlisten vorgelegt und dann geschaut wie viele Sprecher das wie aussprechen hier so ein Beispiel Regle ist das Wort und 14 der insgesamt 17 Sprecher haben Regle gesagt drei Sprecher haben Regle mit langem E gesagt also Längung des betonten Vokals vor stimmhaften Laut Regle statt Regle Regle aber nur drei Sprecher haben das gemacht dann beim Verb Regle wieder 17 Sprecher aber einer muss hier keine Antwort gegeben haben denn wir kommen nur auf 16 da gibt es eben 11 Sprecher die Mehrheit die Regle sagt und tatsächlich gibt es 5 Sprecher die Regle sagen Regle also wie Regle wo das ja in der Schreibung so nicht vorgesehen ist das Ganze kann man als variablen Regeln formulieren die Gruppe 2 macht eine Längung des Vokals Regle da habe ich es dann nochmal mit einer phonetischen Regel ausgedrückt also vor der Silbengrenze dann vor der nicht betonten Silbe also in der betonten Silbe vor der Silbengrenze geschieht eine Entschuldigung das ist ja die nächste Regel zu schnell also ich habe die nächste Regel dann also formell nochmal ausgedrückt das E wird geschlossen in offener Silbe und ja die offene Silbe hat keinen Akzent genau also Regle Regli Aber es gibt eine zweite Gruppe die das nicht tut die also Regli sagt möglicherweise handelt es sich um eine Hyperkorrektur die Leute wissen die Grundform ist Regle sie möchten jetzt hier auch die Grundform zum Ausdruck bringen obwohl das eben in der Schriftsprache gar nicht vorgesehen ist ein anderer Fall von Hyperkorrektur ist dieser den es vergleichbare Phänomen auch in Franken gibt Quanto wird in Mittel- und Süditalien Quando ausgesprochen und Quando wird Quando ausgesprochen und dann gibt es Leute die das dann besonders richtig machen wollen und Quando zurückverwandeln in Quanto statt Quando vergleichbar in Franken wäre wenn Leute statt 100 nicht 100 sagen sondern Huntert um eben besonders gut Hochdeutsch zu sprechen wäre das vergleichbare Phänomen Hyperkorrektur ist also ein wichtiges Konzept was wir auch gerade in der Soziolinguistik immer wieder finden und was natürlich auch in der Dialektologie eine gewisse Rolle spielt ja damit bin ich für heute erstmal durch und wir werden uns dann in der nächsten Woche nochmal etwas weitergehend mit Sprachradlanden und den Möglichkeiten die man damit hat beschäftigen und die mit anderen in der die man hat und die man das das